Ja, das kennen Sie sicher auch. Ob Frühstück oder mal eine schnelle Mahlzeit zwischendurch, es fehlt einfach die Zeit. Dabei muss das gar nicht aufwendig sein. Schauen Sie mal, leckeres Ei auf Toast. Mhh, das wollen Sie doch auch. Kein Problem, das geht jetzt schnell und einfach. Schlagen Sie ein Ei in einen Cracking Egg und stellen Sie ihn in die Mikrowelle. Das ist im Handumdrehen fertig und es ist perfekt. Lecker. Ja, jetzt sehen wir uns mal an, wie das funktioniert. Das Ei kommt in den Cracking Egg. Wenn Sie Rührei machen wollen, geben Sie etwas Milch dazu. Dann kommt der Cracking Egg in die Mikrowelle. Und jetzt geht das ganz fix. Schon fertig. Anfassen ist übrigens kein Problem. Sehen Sie hier, leckeres, heißes, gekochtes Ei. Ob nun gekocht oder als Rührei, das geht super einfach. Perfekt für den Snack zwischendurch, als Frühstück oder als Beilage. So schnell und unkompliziert ging die Zubereitung noch nie. Ei in den Cracking Egg, ab in die Mikrowelle und wenig später fertig. Klasse. Das Reinigen geht übrigens denkbar einfach. Cracking Egg auseinandernehmen und die Teile in die Spülmaschine geben. Sie brauchen weniger Fett und Sie haben weniger Abwasch. Cracking Egg. Gekochtes Ei, pochiertes Ei oder Rührei. Alles in der Mikrowelle, schnell und bequem. Das soll uns mal einer nachmachen. Probieren Sie es aus. Jetzt.